Ich ähm, entweder ich bin blöd, oder ich hab euch schon wieder verloren. Dietz der Hölle, einfach nur nach Osten. Ah, da bist du hier. Ja, ich bin noch fertig mit trinken, jetzt gehst du hier, sonst sterb ich gleich. Hey. Aber ich kotze, keine Ahnung. Hast du zu viel getrunken, ne? Ja. Er ist immer noch durstig, obwohl er getrunken hat. Ich kann ihm auf den Kompass gucken. Das bringt uns eigentlich die Klappe des Kompasses zu schließen. Damit hier nicht dreckig wird. Was hast du denn jetzt als Ziel angepeilt? Äh, Richtung Osten, Küste, Berenzino, über die Ecke. Okay. Ja. Ja. Das ist ein Weg. Ja. 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 Hast du das gesehen? Ja. Was zum Teufel war das denn? Stopp für eure Waffen. Das ist garantiert natürlich. Was ist das denn? Die Tanke oder so. Ich ergeb mich schon. Ey. Die Explosion ist viel zu groß. Ey, das war ja arm. Ja, endlich mal ne Schießerei, Alter. Ab geht's. Ey, ey, das wird aber keine Ferischießerei. Das sah aus, als ob wir ein Panzerhaus hätten, ey. Hacker. Ja, gibt's keine Granaten hier? Nein. Was zur Hölle, war das denn für ne Explosion? Ist egal, wir holen die uns da jetzt weg. Wir holen da nix weg. Ich will erst wissen, was das war. Ja, vielleicht ist da ne Tanke gewesen oder so, die so ne Luftgejagt haben. Kann man tanken, da jetzt neuesten in die Luft sprengen? Äh, ich mein das geht. Kannst doch Granaten finden oder nicht? Kannst doch nicht mehr den Granaten in den Tanker reingehauen, oder? Ey, das war aber wirklich, das war ne ganz schöne Explosion, Leute. Ja, aber das Timing war irgendwie krass. Guck mal, da ist Perenzino. Ja, zwei Meter näher dran. Bam. Stimmt. Ist das wirklich Perenzino? Ja, das ist echt Perenzino. Geil, 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 Alter. Aber das kann normalerweise, ne? Muss schon gehen. Ja, ich hab ja auch gar nix dagegen, aber auf dem Surfer ist doch kaum was los, Leute. Ich bin gleich, vielleicht probieren die ja was aus. Granaten gefunden und jetzt probieren sie so aus. Ey, wenn da gleich so ne Gruppe ist, ich baller da rein und hau die alle weg. Das wird wahr sein. Das wird wahr sein. Warum? Wenn ich hier nen Headshot gebe? Lex, das ist kein Counter-Strike und selbst wenn. Naja, versuch's dann, Will. Also, ich hab grad nen Lick gehabt. Scheiße. Was für ein Fick war das? Fick. Wär mal ausruhen, ne? Damit der Atem sich beruhigt. Ich geh mal hier vorne zu dem Baum. Ich bin da weniger länger, ob ich auf dem Turm da aufset war. Ne, mach keinen Scheiß. Der große der ist nicht. Was hast du denn? Scheiß da drauf, wenn wir sterben. Hast du ne AK oder ne Musen? Ne AK? Ich hätte jetzt ne gerne Musen. Da rennt ein Zombie auf uns zu. Scheiße. Mhm. Das ist nicht gut. So, wen geht denn der? Na, der schlägt mich jetzt noch n bisschen. Oh, ich blute. Scheiße. Oh. Der kommt, ähm, Achtung. Ich kletter auf den Turm da drauf, da kommt der Zombie nicht hin. Weil sobald ich schieße, weiß jeder Arsch, was wir da sind. Genau, deswegen. Die Axt rausholen. Ich bewege mir zu viel, ich krieg noch nicht trotzdem. Alter, hier in der Stadt ist alles voller Zombies. Was ist denn hier los, Mensch? Was geht denn hier ab? Da hinten rennt einer. Das ist ein Spieler. Mach'n kalt. Ja, kann ja machen und nichts. Ja, mach'n kalt. Ja, mach'n kalt. Ich kann mich nicht verbinden, oder was? Hilfe, ich kann mich nicht verbinden. Ich bin jetzt irgendwo hier reingerannt. Hallo? Ich kann, ja, ich hab's gehört, aber ich kann dich auch nicht verbinden. Doch, jetzt kannst du. Ich muss ja erstmal noch schön was mampfen. Kannst du mir grad'n bisschen Deckung geben? Ja. Muss'n mal grad'n bisschen mein Tuchfisch da reinballern. Ist das jetzt alles? Doll. Geil, Alter, hier ist ein Spieler. Ich sterbe, ist mir das scheißegal, weißt du, ne? Hier ist eine goldene Kiste. Nee. Goldene Kiste. Das ist ja geil. Sag' danke, Daniel. Ich hab' dir dein Zombie vom Arsch gehalten. Echt, wir sind so viele Zombies. Wo ist'n der hingelaufen, der Spieler? Hey, ist da oben was auf dem Dach? Irgendwo in die Stadt. Ja, pass' lieber auf. Das ist Krankenhaus, ne? Oder? Kannst du noch ein bisschen geduckter gehen? Wetter jetzt auf die Türmeh rauf. Oh, hier ist noch ein Zombie. Scheiße, wir müssen da rein. Guck mal da eine Axt raus. Ja. Hinter uns. Ey, die Tankstelle ist noch eins. Krass scheiße, Alter. Krass scheiße. Aber ja, hier ist auf jeden Fall ein Spieler. Na, wo denn? Meinst du, der hat hier so rumgebombt? Nee. Er hatte kein Zeug. Ich weiß nicht, wie er das gemacht haben will. Er hat eine Granate gefunden. Hast du denn auch die Explosion gesehen, Lex? Ja, natürlich. Kannst du doch nicht übersehen. Du bist jetzt auf dem roten Turm da oben? Ja, auf dem einen Turm, ja. Rot-Weiß? Auf dem größten in der Stadt, glaube ich, bin ich gerade. Beweg dich mal links und rechts. Ich weiß nicht, auf welchen Tasten geht das nochmal. Oh, Scheiße. Kuh und... Oh, ist das ein Scheißding, ey. Drecksack, ey. Fantasier dich. Keine Ahnung, wo der Spieler hier hin ist. Ich sehe wohl den Turm geradeaus. Nach links und rechts. Q und E. Da steht noch ein Spieler. Und zwar in der Scheune. Er büfft sich. In einer Scheune steht der Tief. Das ist mir nicht alt. Das ist alt. Ja, gut. Jetzt kann ich Q und E machen. Ja, jetzt bist du da oben, alles klar. Ja, ist hier irgendwo gewesen und hier irgendwo langgelaufen. Konfiguration. Ich glaube, nach links ist er irgendwo gelaufen. Schließen, schließen. Ja, da müsste die größten Punkte anlaufen. Fire Station. Krankenhaus. Die sind hier oben links aber nicht. Und wenn deine goldene Kiste ist, verstehe ich nicht, warum er weitergelaufen ist. Was für eine goldene Kiste? Ja, hier diese Transportkisten, wo du noch Sachen mit reinfüllen kannst. Ach so. Da ist eine Polizeistation. Da ist oben eine Tür offen. Wo bist du hingelaufen? Der Spieler rennt zur Kirche. Zu der goldene? Mit der goldene Ding oben? Ja, genau. Er hat einen Zombie aufgeschreckt. Er rennt weiter von der Kirche aus. Nee, er rennt jetzt um die Kirche herum. Lex, du hast einen Zombie hinter dir. Ihr könnt euch beeilen, er hat gar keine Waffe. Er rennt um die Kirche herum und rennt jetzt Richtung... Keine Ahnung, jetzt ist er wieder zwischen den Häusern verschwunden. Aber er ist hier in meiner Nähe. Hau mal die Axt bitte raus, Alf. Hab ich schon. So. Ich lauf dir entgegen. Wenn ihr hier auf der Straße langtast... Ey, hat er mich noch geschlagen, das blöde Vieh. Mein Gott, ey. Okay. Aber bevor er ihn kalt macht, versuch ich ihn erstmal auszuschüschen und zu erfragen, was das heute für eine Explosion war. Direkte Kommunikation ist das. Und dann mit Tab oder so, ne? Mhm. Der ist hier irgendwo in den Häuserblöcke. Er ist auf jeden Fall nicht weg von hier. Das hätte ich gesehen. Also wir stehen jetzt gerade vor ein paar Häuserblöcke. Äh, Blöcke. Ja, er ist irgendwo bei der goldenen Kirche da. Bei der goldenen Kuppel. Die haben wir in meiner Nähe. Warum hört sich mein... Nein. Da rennt er, da rennt er. Er rennt jetzt Richtung, Richtung Bahnhof. Er hat jetzt ne Axt oder sowas. Er geht... Ja, er geht zum Bahnhof hin. Er hat ne Axt und irgendwas auf dem Rücken. Er könnte ne Waffe auf dem Rücken haben. Glaube ich aber nicht. Doch, hat er. Er rennt raus aus der Stadt. Jetzt bleibt er am Ortsschild stehen und guckt, wo er ist. Er steht am Ortsschild der Stadt. Er ist tot. Er ist tot. Er ist ohnmächtig auf dem Boden. Wer hat denn geschossen? Ich hab ihn niedergeschossen. Er ist ohnmächtig auf dem Boden vom Ortsschild. Wo, welches? Links, rechts jetzt von mir aus? Goldene Kirche und dann aus dem Ort raus. Ja, ich bin hier an der Goldene Kirche, hinten. Dann Richtung, Richtung, Richtung Norden, nach oben hin. Geradeaus, die Aufstraßen entlang. Ja, nach oben hin, nach Norden. Er ist auf jeden Fall außer Gefecht. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Der liegt da auf dem Boden. Der nagt so eine Schrotflinte, glaube ich. Keine Ahnung, pack den mal und schleif den da weg, aber so, dass ich ihn kein Zombie erwische. Wie soll ich das denn nehmen? Geht das? Hoffentlich mal. Soll ich den mal wiederbeleben? Wenn du das kannst? Meint ihr, der... Zombie? Auf jeden Fall ist er erstmal außer Geheiz. Ja, klar, ey. Ja, klar, diese Distanz ist ziemlich geil. Scheiße, ich kann den nicht irgendwie anvisieren. Der ist tot oder so. Ja, ich glaube auch, ich habe den aus Versehen umgebracht. Du Mörder, Alter. Du Mörder. Echt, wir hatten extra gesagt, wir sind keine Mörder. Wenn ich ganz so gewoll. Vielleicht spornt er, spornt er auch mal gleich neu. Ja, was machen wir jetzt warten, du. Was heißt, Daniel? Hm? Was heißt denn, my leg is painful? Nein, dein tut weh. Painkillers oder mit Stock oder sowas. Ich komme jetzt in eure Richtung laufen. Ey, ich war schon noch zu gerne, dass er das in der... Boah, schon wieder Zombie, Alter. Alter, was war nicht so laut, ey. Ja, weißt du was, ich habe die Faxen dick. Ich bin jetzt schon das dritte Mal hintereinander am Bluten. So, ich komme jetzt zu euch. Ja, ist hier nicht lang gelaufen. Kurze Hölle ist er. Was war das, Morphin? Hier ist seine Leiche, Morphin, Painkillers, irgendwas. Morphin habe ich. Ist der sowas von verfickt tot? Nein, oder? Oh, der hat aber schon ein bisschen was gehabt. Hier ein Erste-Hilfe-Kocher in Pristine, eine Wasserflasche, wo nichts mehr drin ist, ein paar... Morphin kann ich mir nicht geben. Zeige ich dir noch hier. Ipri... Achso. Hat der ein paar Randagen dabei? Ja, hat er. Du kannst da rein, Blue. Wir konnten das nicht. Hier, wir müssen einfach nur zu den Dingen, der hier zum Rucksack da gehen, in View Content. Oh, schon wieder ein Zombie. Komm her. Ja, los, komm zu mir. Ja, ich finde das Scheiße. Ah, jetzt. Mit Axt. Ah, ja, er ist... Ah, 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 er gibt's mir. Ich weiß nicht, er macht uns blöde Luftschläge. Neu. Uah. Aha. Ich sehe auch schon aus wie so ein Killer, also von daher. Ich bin immer noch durstig, wie kann das sein, Alter? Hast du es mir getrunken? Ich bin gleich das Meer leer. Es tut mir fast schon leid, dass ich ihn so schnell getötet habe. Ja, ne, man muss gut ausgleichen können. Aber guck mal, da oben vom Turm bis hier runter, ne? 200 Meter da gemessen werden... Stand da, er hat direkt aufs Ortschild drauf geguckt. Er wusste überhaupt nicht, wo er hin muss. Ja, gut, du kannst Z-Ring machen, bis 100, 200 Meter. 300, mit AK oder mehr. 400. 400. Ich hab die Fatzenticke jetzt hier. Lass sie doch liegen, die Scheißenleiche. Lass sie liegen. Wir können mit dem eh nicht mehr viel anfangen. Gutes Zeug hatte der auch nicht. Ja, das ist ein Zweiter. Ja, ist gut. Richtung Schiff? Ja, Richtung Flughafen, ne? Flugplatz. Ja, Flugplatz. Ich würde schon lange mal wieder zum Schiff. Können wir auch machen. Hier müssen wir jetzt aufpassen, weil das sind diese Hauptstädte hier, ne? Wie ich glaube, es uns nachher an der Entgegen kommt. Aber Mensch, war das eben eine Explosion, du. Holla, die Weißfee. Das muss doch hier irgendwo am Hafen gewesen sein, ne? Weiter Richtung Norden, ja. Und dann auf der rechten Seite. Da hinten sehe ich schon. Nein, ich meine, die Explosion musste auch hier irgendwo gewesen sein, oder? Naja, die war schon. Ich hab mir die Tankstelle angesehen. Es könnte die Tankstelle gewesen sein, aber die Fenster sind nur kaputt. Das Dach und alles ist noch heile. Hey, da hinten am Schiff, ne? Da Häuser, ne? Irgendwelche Fracks. Andere kleine Boote. Ja, hab ich jetzt auch gedacht. Habe ich nicht, hab ich noch nie gesehen hier. Der ist sofort gestorben. Du hast ja gut geschossen. Ja. 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 Ich, getroffen. Hier, Lex, Killer Number One und so, ne? Was ist los mit dir? Hä? Ich bin doch gar nicht... Ich wollte ihn gar nicht töten. Doch wolltest du. Ja. Hör dir das Feuer nochmal an. Ich will töten, umbringen, alles erschießen. Wenn wir gleich davor angekommen sind. Ja, aber du hast davor gesagt, wir fragen den mal aus, was die Explosion war. Ich wollte ihn auch einfach mal ausfragen, aber er war zu weit weg und ihr seid nicht schnell genug da rangekommen. Ja, wir wären aber bald da gewesen. Echt? Du wolltest den Kill bloß selber haben. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht töten. Eigentlich. Oh, da hatte ich gerade einen Leck. Ja, ich hatte auch einen. Ich gesehen habe, dass man eine Waffe aufgerissen hatte. Da habe ich dann geschossen. Da habe ich schon gar keine Muni für. Da liegen Container. Oder so. Hat einer geguckt, wie der hieß? Keine Ahnung. Ja, das wäre jetzt mal interessant gewesen, ob er vom Surfer runter gegangen ist oder... Vielleicht Paul. Paul ist nicht mehr da. Leute, können wir mal kurz kurz anhalten? Ich müsste mal mein Bein versorgen, glaube ich. Wir haben da gleich ein Schiff. Also... Das habe ich vorhin auch schon versucht. Aber ich kriege das nicht hin. Was fällt jetzt das denn hier für ein Moor? Wie kann ich hier denn was trinken? Geht das? Ja, geht. Frisch. Ne, ich trinke hier nicht, Alter. Das ist ein Fondepon. Das ist ein Fondepon. So, ich verstecke mich jetzt erstmal kurz in dem Baum. Mach mal. Ganz kurze Pause. Ich höre mir das Schiff noch ein bisschen ansehen. Ich mach... Das ist ein Fondepon. Ich weiß, wie wir sie nicht hier sind. Das ist das. Das ist das. Ich habe da. Das ist das. ذا. Das war's. Was hat das. Vielen Dank.